In diesem Video erfährst du, was ein Kolloquium ist, was genau von dir dabei erwartet wird, wie der Ablauf aussieht und welche Gliederung sich mit welchen konkreten Inhalten im Kolloquium eignet. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Kolloquium zum Abschluss der Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und den Erzieherkanal zu unterstützen. Die Inhalte aus den Videos gibt es jetzt auch zum Nachlesen auf der Homepage www.erzieherkanal.de. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was ist überhaupt ein Kolloquium? Mit dem Kolloquium ist ein Gespräch im fachlichen Kontext gemeint. Meist findet ein Kolloquium als letzte Prüfung einer Ausbildung oder eines Studiums in mündlicher Form statt. Ein Kolloquium gibt es also nicht nur in der Erzieherausbildung. Das Kolloquium ist also in vielen Bildungsinstituten ein fester Prüfungsbestandteil. Was ist das Kolloquium in der Erzieherausbildung? In Bezug auf die Erzieherausbildung ist das Kolloquium meist die letzte Prüfung der Ausbildung und knüpft thematisch an eine vorangegangene schriftliche Facharbeit an. Es ist aber auch möglich, dass das Kolloquium ohne vorangegangene Facharbeit erarbeitet werden muss. Das ist abhängig vom Bundesland und der jeweiligen Fachschule oder Fachakademie. Das Kolloquium basiert meist auf wissenschaftlichen Standards. Das heißt, es wird beispielsweise auf wissenschaftliche Quellen, die Formatierung, den Sprachgebrauch, einer nachvollziehbaren Gliederung, einem angefertigten Thesenpapier und einem wissenschaftlichen Zitationsstil geachtet. Das Kolloquium dauert in der Regel 20 Minuten. Meist sind es 10 Minuten Vortrag und anschließend 10 Minuten Gespräch über die Thematik. Bei dem Kolloquium sind neben dem Prüfling mindestens drei Personen anwesend. Die prüfende Lehrkraft, eine Person aus dem Prüfungsvorsitz und eine Person, welche über das Kolloquium Protokoll führt. An vielen Fachschulen ist es auch zulässig, Gäste mitzunehmen. Diese dürfen nicht in die Prüfung eingreifen, aber sie können als mentaler Beistand dienen. So kann beispielsweise die Praxisanleitung aus deiner Einrichtung anwesend sein. Es gibt aber auch Bundesländer, in denen es gar kein Kolloquium gibt. Ich habe beispielsweise meine Erzieherausbildung 2012 in Niedersachsen abgeschlossen und musste dort selbst kein Kolloquium halten. Daher würde es mich interessieren, ob es in deinem Bundesland ein Kolloquium gibt. Schreib dazu doch gerne mal einen Kommentar. Erfahrungen mit dem Kolloquium habe ich trotzdem gesammelt. Nämlich zum Ende meines Bachelorstudiums und auch aktuell bereite ich ein Kolloquium für den Abschluss meines Masterstudiums vor. Ich befasse mich also momentan viel mit dem Thema. Dadurch, dass die Erzieherausbildung Sache der einzelnen Bundesländer ist, sind auch die Anforderungen und Vorstellungen teilweise unterschiedlich. Es ist also enorm wichtig, sich individuell zu informieren. Es empfiehlt sich, die Lehrkräfte nach Bedingungen und Anforderungen zum Kolloquium zu fragen. Dennoch lassen sich Punkte finden, die in den meisten Bundesländern gleich sind. Diese wollen wir uns jetzt angucken. Das Kolloquium dient der Präsentation, Verteidigung, Vorstellung oder Reflexion einer Facharbeit, eines Projekts oder einer ausgewählten Thematik. Das Kolloquium kann auch zur Reflexion der Praktikazeit dienen. Nach dem 10-minütigen Vortrag und der Präsentation folgt eine sogenannte Verteidigung. Das bedeutet, dass die prüfende Lehrkraft kritische Fragen bezüglich der Theorien, Methoden, Erfahrungen und Konzepte stellt. Diese müssen fachlich fundiert beantwortet werden. Es folgt also eine Fachdiskussion. Welcher Aufbau und welche Gliederung empfiehlt sich für das Kolloquium? An einigen Fachschulen wird ein Thesenpapier verlangt. Dort sind Behauptungen und Leitsätze hinsichtlich der Theorie, des Modells oder des Konzepts aufgestellt, welche dann während des Kolloquiums diskutiert werden. Wie aber eingangs auch schon mal erwähnt, ist der genaue Ablauf abhängig von dem Bundesland und der Fachschule. Daher ist es so wichtig, das genaue Vorgehen und die Anforderungen mit der Fachschule bzw. mit der prüfenden Lehrkraft zu besprechen. Kommen wir jetzt zum möglichen Aufbau für den Vortrag im Kolloquium. Generell kann der Vortrag eines Kolloquiums nach folgendem Ablauf gehalten werden. Es sollte dir sehr bewusst sein, dass der Vortrag in der Regel nur 10 Minuten dauern soll. Es ist auch sehr wichtig, sich daran zu halten. Da sind in der Regel auch keine 5 Minuten mehr oder weniger okay. Zum Einstieg solltest du das Thema benennen und die Gliederung vorstellen. Dabei solltest du die Auswahl des Themas fachlich fundiert begründen können. Mit fachlich fundiert ist gemeint, dass die fachliche Relevanz dargestellt wird. Einfach weil du das Thema spannend findest, ist keine ausreichende Begründung. Frag dich, wieso das Thema für die praktische Arbeit so wichtig ist. Was genau der Nutzen für die pädagogische Arbeit ist. Dadurch lässt sich langsam auch zum nächsten Punkt des Ablaufs überleiten. Du kannst die Einstiegsthese, also die Einstiegsbehauptung, den Einstiegsleitsatz deines Vortrags nennen. Damit schaffst du einen Übergang zum Hauptteil. Im Hauptteil werden die Hauptthesen kurz und knapp dargestellt. Du solltest dann möglichst gebündelt darstellen, wie du zu deinen Ergebnissen gekommen bist. Welche methodischen Entscheidungen du getroffen hast. Warum du welche Theorie und welches Modell zu welchem Sachverhalt ausgewählt hast. Und was die zentrale Erkenntnis für dich dabei war. Es kommt meist sehr gut an, wenn du die bisher gemachten Aussagen aber nicht als allgemeingültige Wahrheit darstellst, sondern immer Raum zur Diskussion schaffst. Vielleicht ist dir beim Bearbeiten des Themas selbst etwas aufgefallen oder eine Theorie hatte Schwächen. Dies fachlich von dir zu benennen, wirkt sich häufig positiv im Kolloquium aus. Nachdem du das getan hast, geht es zum nächsten Punkt über. Zum Schluss des Vortrags. Dort solltest du eine Zusammenfassung, eine Schlussfolgerung ziehen. Du kannst dort auch deinen persönlichen Standpunkt aufzeigen. Dieser sollte aber auch klar als sein eigener Standpunkt dargestellt werden. Vielleicht hat sich aus deiner Eingangsthese und deiner Auseinandersetzung mit den Theorien, Modellen und allgemein mit der Thematik deiner Arbeit etwas Neues ergeben. Vielleicht eine neue These. Dann solltest du diese nennen. Zum Abschluss sollte ein Ausblick gegeben werden. Das kann beispielsweise so aussehen, dass noch offene Fragen formuliert werden, an die man bei weiteren Arbeiten anknüpfen könnte. Die Gewichtung der einzelnen Teile des Kolloquiums kannst du grob wie folgt einteilen. Plane etwa zwei Minuten für die Einleitung ein, sechs Minuten für den Hauptteil und weitere zwei Minuten für den Schluss. Worauf du bei der Vorbereitung des Kolloquiums genau achten solltest und nach welchen Bewertungskriterien 99% der Lehrkräfte das Kolloquium benoten, erfährst du im zweiten Teil der Videoreihe. Was ist deine Meinung zum Kolloquium? Hast du das Kolloquium schon hinter dir? Oder steht es noch an? Hast du weitere Tipps für Zuschauer und Zuschauerinnen? Dann schreibe doch gerne einen Kommentar. Und konntest du durch dieses Video etwas lernen? Dann gebe doch gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal.